hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der mount irgendwo da hinten baut sich gerade noch auf warum auch immer wir sind ja eben schon hier rumgerannt da ist ein stück zu sehen sehr schön ihr habt wahrscheinlich schon in die kommentare geschrieben gehe ich mir schwer voll aus wenn nicht schande über euch ich weiß wo das war es den clay ist da unten in der kiste vorteil des players man kann in der folge nachgucken wenn man noch weiß welches ungefähr waren also bei 500 folgen ist ein bisschen heftig war alle nachzugucken aber ich wusste ja ungefähr in welcher folge wir die weggeräumt haben müssen und von daher ja konnte ich darf nachgucken sehr schön ich denke keine ahnung warum ich die da unten reine gleich stadt war da ist hier noch eisen unten ja auch mal über diesen und diesen und dann tun wir endlich mal da rein und data und data und so hat man sonst noch gut sehr gut da war das ist die schnellere methoden guckt da ich will jetzt ein paar mehr machen ich weiß ich wollte eigentlich nur noch mal machen aber wir machen hier einfach jetzt noch ein bisschen mehr auf reserve so allerdings auch nicht übertrieben hat hier reicht auch jetzt sagt weil ich möchte jetzt auch noch was nachgucken und zwar dem blog scheiße das ist mir zu viel breaker heißt da wie geht denn der hat sich erledigt da gibt es warum sind da oben weil wenn man doch kein anderes rezept nachgucken kann ja ok hat sich erledigt ich wollte den jetzt testweise mal bauen aber nein sollte haben wir hier nicht noch nicht jetzt haben wir hier noch nicht was wir auch können wir machen noch ein paar einmal deswegen habe ich mehr eisen gemacht ok eigentlich nicht aber ideal mal gucken wir kriegen in der zeit wieder blog läuft kriegen wir hier zwei stück gemacht oder war jetzt schon fertig ok ok das ist also die schnellere methode auf jeden fall wobei ich ja sagen muss ich hatte vor ursprünglich beim zusammenstellen dieses modpacks die möglichkeit des umkräften von blöcken in einzelne ingots abzuschalten und auch umgekehrt ich weiß gar nicht mehr ob das nicht geht oder ob ich aus irgendeinem anderen gründen nicht gemacht habe weil ich nicht mehr ist ja auch egal wir haben die möglichkeit noch benutzen sie so dann gehen wir jetzt erst noch ein bisschen lava holen und dann schmeißen wir die lava einmal in den hopper der wiederum an dem ofen da angeschlossen ist und dann geht da die produktion auch noch weiter und dann können wir noch den standard klären keller sag ich mal holen und dann gucken wir damals da war er dabei und dann gucken wir noch mal beim bauernhof also beim zukünftigen bauernhof ob das so klappt oder nicht also wie das aussieht klappen tut er auf jeden fall aber wie das aussieht und dann schauen wir mal hopper ich mag ja dies langsamer unter schweben papa papa das ist doch auch das sogar noch eine schicht und da guck mal ja ist tatsächlich noch geschichte runter jetzt sieht man natürlich nicht wie weit ich da jetzt weg genommen hat das ist ein bisschen doof aber na ja na gut soll mir im endeffekt recht sein dass da noch mehr ist als gedenkt viel lauferei obwohl das alles recht nah beieinander ist aber glaube ich schon mal darüber gesprochen obwohl die sachen ja relativ nah beieinander sind haben wir so viel lauferei hier also ist unglaublich und weil er die taste ist essen müssen wir auch noch aus dem haus holen die taste und zack und auch ist sogar direkt nachgeblümst wer passt nicht rein ja na gut den da hinten oder direkt wieder raus damit ich habe da noch ein damit war wieder ein leeren einmal in der tasche gut wir brauchen was brauchen wir denn noch wenn ich das jetzt teste glasflasche glas hier ist auch noch die jetzt noch ein gerümpel drin das ist das ist echt den wollte ich wieder hier haben ob ab dunkles holz dunkles holz genau immer spruce oder tag weiß ich nicht wir nehmen okay spruce haben wir nicht so viel wir nehmen von beiden mal stecken mit da kann man ja tendiere ich auch jetzt so zumindest vom 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 gedanken im kopf tendiere ich auch eher zu dem tag aber muss man gucken muss man gucken so und tata so und da ist der weiße zack kommen wir nehmen alles mit raus warum haben wir das hierhin getan ich weiß es nicht mehr das habe ich nämlich so weit habe ich die folge nicht geguckt was ich dabei geklackt und gelabert habe was dafür im hintergrund hatte habe ich nicht und geht das nicht lässt sich nicht da rein flitschen ja gut ich könnte jetzt fast wetten die wir haben nicht alle farben da hinten drin das auch und dann werde ich bereuen glaube ich war der so dabei richtung bauernhof mal gucken mal gucken können wir hier querbeet irgendwie schneller hinkommen gehen wir mal so theoretisch ja praktisch weiß ich es nicht doch müsste eigentlich klar kommen wir jetzt von hinten wobei wir müssen ach den roten sand hätten wir mitnehmen soll das wird das auch austesten mit dem weg ja 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 da mal wieder kopf wie sieb warum sprintet er nicht mehr sprichst er jetzt oder sprichst er nicht jetzt sprichst er glaube ich wie viel fläche haben wir hier eigentlich der weg ist hier irgendwo dahinter wir hätten also noch ein bisschen fläche na gut ach guck mal an guck mal an kann man nicht nähen wenn das so ist ist das ja gar nicht fertig ne 86 ne ne ok wo teste ich denn das jetzt ich würde ja gerne hier testen aber wenn das so wird wie ich mir das denke dann müssen wir hier auch noch was abschätzen also diesen 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 und diesen und das jetzt wird am ende ziemlich scheiße aussehen und dann ärgere ich mich naja geht ja fix geht ja fix wenn man noch ein bisschen koordinierter machen würde ging es wahrscheinlich noch fixer und das wird dunkel ja das ist gut wird schon zu dunkel ist kacke wenn wenn das würdchen wenn nicht mehr ich gehe mal raus wäre eventuell er aber zur sicherheit da ist schon zu nah aber egal da kommen sie schon die stören friede ich wollte doch nur damit vergleich im hellen richtig gucken können schon mal so ein bisschen so ein bisschen und jetzt einfach auch nur da bleibt nicht so oder das ist jetzt einfach nur au alter einfach nur gucken ne so guckst du also im dunkeln ist es schon mal denkbar wird im hellen ist müssen wir morgen gucken ich gehe mal hier irgendwo rein dass wir hier irgendwo pennen könnten eigentlich von innen auch noch nein nein machen wir nicht ach da ist er und guten die lichaam die lachen gut und